Cocktails und Eist Coffee sind im Horeca-Bereich angesagter denn je. Ein gut gemixter Cocktail und ein kräftiger Eist Coffee, wer kann da schon widerstehen? Aber die Zubereitung dieser populären Trendgetränke ist eben nicht ganz so einfach. Ein perfekter Eist Coffee ist nicht mal eben schnell gemacht und bevor Ihre Mitarbeiter professionelle Cocktailmixer sind, müssen Sie sie zu teuren Weiterbildungsseminaren schicken. Tender One ist die Lösung. Jeder kann mit einem Knopfdruck leckerste Cocktails, Shaken Iced Tea, Eist Coffee und auch Sangria zubereiten. Shaken Iced Tea ist ein erfrischendes Teegetränk mit einer fruchtigen Geschmacksrichtung nach Ihrer Wahl. Dieses Getränk eroberte aus den USA schnell die Genießerwelt. Mit Tender One können Sie herrlichen Shaken Iced Tea in acht verschiedenen Geschmacksrichtungen zubereiten. Der Touchscreen ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung. Der Tender One erledigt den Rest, schnell und in großen Mengen. Und das Tollste? Jeder Mitarbeiter kann den Tender One bedienen. Auf dem Touchscreen weiß jeder Mitarbeiter sofort, welche Cocktailgarnierung die richtige ist. Das System ist individuell einstellbar, ganz wie Sie es wünschen. Tender One sorgt ab sofort bei Ihnen für höheren Umsatz, dank vieler neuer origineller Drinks, die Sie ab sofort im Handumdrehen zubereiten können. Tender One beschleunigt Ihre Arbeitsabläufe und sorgt dafür, dass Sie keine Zutaten unnötig verschwenden. Die perfekte Dosierung sorgt dafür, dass jeder Cocktail dieselbe Top-Qualität bietet. Über spezielle Zuleitungen können maximal 32 Getränke angeschlossen werden. Diese werden als Back-in-Box angeliefert, übrigens exklusiv für Tender One. Diese Boxes sind abschließbar und verursachen nur wenig Müll. Tender One ist bestens geeignet für Diskotheken, Cafés und Kneipen, aber auch für Freizeiteinrichtungen aller Art und zum Beispiel Bowlingbahnen. Möchten Sie Tender One auch in Ihrem Betrieb aufstellen? Kein Problem, es sind keine zusätzlichen Investitionen nötig. Ihre Gewinnmarge steigt bereits ab dem ersten verkauften Cocktail. Tender One Quality Drinks Handmade by the Machine